Mein Name ist David Röttler, hallo. Mein Name ist Karl Staudinger, hallo. Unser Kurs Politische Kommunikation 2.0 Unsere Zielgruppen Engagierte Menschen in Vereinen Kommunalpolitischen Initiativen Billigseinrichtungen Kulturinitiativen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Mitglieder von Gemeinderäten Mitarbeitbrinnen und Mitarbeiter in Gemeindeämtern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in politischen Parteien Abgeordnete und ihr Team Unsere Inhalte Die wichtigsten Social Media Tools Blogs und Microblogs RSS-Nutzeinander anbieten Social Bookmarks Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, Online-Konferenzsysteme Web Communities Web Campaigns Web und Recht Unser Partner Das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobel Drei Workshops in Strobel am Schleim-Wolfgangs Sieben Online-Module mit Online-Meetings und Kooperation auf einer Drupal-Kursplattform Kennenlernen von Web2.0 Tools Entwickeln von Ideen für die eigene Praxis Mit Unterstützung und Feedback Durch die Trainer und Seminaren Online-Info-Meeting Am 16. März 2010 um 19 Uhr Im Web unter www.tr.im-info20 Kurzbeginn am 12. April 2010 um 14 Uhr in Strobel am Wolfgangs Anmeldeschluss 1. April 1. April 2010 um 15 Uhr in Strobel am Wolfgangs Untertitelung. BR 2018